Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar durch euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen, dieses Mal mit meinem Hexenmeister. Und ja, da war ich schon mehr oder minder fleißig, hab einiges gequestet, hier auch mal auf der Allianz-Seite. Und da wollen wir jetzt 20 Kisten öffnen. Ich hab schon ein paar mehr, schon die Hälfte wieder fürs nächste Opening. Ich brauch beim Hexer, wie ihr seht, noch relativ viele Items, also 10 insgesamt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eh mehr als die 20 Kisten brauchen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich war diesmal auch clever genug, zwischendrin immer ein bisschen umzustellen zwischen Gebrechen, Demo und Zerstörung, weil man ja teilweise immer diese Waffen ein bisschen, das ist ein bisschen blöd, da muss man die Specs switchen. Eigentlich müsste ja ein Hexer, wenn er einen Stab kriegt, den mit allen drei Specs benutzen können, weil der immer in drauf ist. Aber naja, Blizzard ist ein bisschen komisch, was das angeht. Gut, ich würde sagen, fangen wir an. 10 Items sind es, eins habe ich anscheinend schon. Und natürlich, das erste, was ich kriege, ist ein Trinket, was kein T-Mock bringt. Wunderbar. Das zweite ist eine Hose, dann sind es nur noch 9 Items. Dann haben wir was gekriegt, Schultern, da waren es nur noch 8. Einen Ring, der bringt kein T-Mock. Was ist das? Stab, hatte ich den schon? Na gut, anscheinend hatte ich den Destro-Stab schon. Dann haben wir als nächstes einen zweiten Stab. Das war jetzt anscheinend der Afli-Stab, weil, ähm, ne, Afli habe ich hier noch, Demo-Stab war das, okay. Ah, da haben wir den Afli-Stab, seht ihr? Ich habe gut durchgeswitcht mit den Kisten, mit den Specs. Dann haben wir Schuhe, wunderbar. Und noch 5 Items. Oh, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Hosen hatten wir schon. Ich hätte nichts sagen dürfen, ne? Ich sage, es läuft ja im Schnürchen, kriegt zwar immer die gleichen Hosen, perfekt. Einen Ring. Ein drittes Mal, die Hose, ich habe es jetzt verschrien. Trinket. Wieder der Stab. Hände, ah ja, doch, doch, hier. Jetzt sind es noch 4 Sachen. Brustbrau noch, Handgelenke, Gürtel und das eine sind wahrscheinlich Schultern, oder? Ich sehe es jetzt nicht so ganz, ne. Google, keine Ahnung, vielleicht der Kopf. Einen Ring. Nochmal die Hosen, also die Hosen, die wollen sie aber jetzt, ne? Fünfmal die Hosen. Einen Ring. Noch ein Ring. Ah, nochmal der Stab. Okay, ja, ihr seht, ich werde sicher nochmal ein paar Kisten brauchen. 4 Items sind es jetzt noch, die ich offen habe. Und sobald ich wieder insgesamt 20 zusammen habe, melde ich mich wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir die restlichen Items rausziehen können. Ich hoffe es doch mal. Man questet natürlich deutlich angenehmer, wenn man einfach mit Max-Level über die Low-Gebiete drüber fährt. Aber solange ich jetzt halt hier noch diese Partys in Kisten brauche, muss ich es halt runter sinken. Und da bin ich dann doch schon ein gutes Stück slower an der ganzen Geschichte dran. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.